Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Dying Light. Mir fällt gerade auf, ich habe ganz wenig Medikits und ich will jetzt zur Universität gehen, mit der Jade reden. Und wer weiß, was die so, was da so uns ortet. Medikits kann ich hier nicht kaufen, macht aber gar nichts. Dann bauen wir uns einfach welche. Dafür haben wir ja das Crafting, die Crafting-Möglichkeit. Warum das immer Zeit in Anspruch nimmt, frage ich mich. Weil ich glaube, solange wir in dem Inventar sind, müsste doch auch die Zeit stehen bleiben. Achso, na gut, natürlich nur für mich als Singleplayer. Im Koop bleibt sie natürlich nicht stehen, zumindest in den... Oh, was ist denn das? Ein Mod. Elektro-Mod. Was macht denn die? Ich gleich mal gucken. Elektro-Mod. War das das? Nee, aber ein Elektriker-Mod. Elektro-Mod. Das Ding, oder? Nee. Elektro-Mod mit Wucht. Warum auch nicht? Generell ist die Übersetzung, glaube ich, total bescheuert. Das Beste ist hier... Heiße Tasche. Wo haben wir es denn? Heiße Taschen-Mod. Was auf Englisch Pocket-Lighter ist. Das ist ja das Taschenfeuerzeug. Also richtig schlecht übersetzt. Treffe ich den Polizeiwagen da vorne? Ja, Mann. So. Wir wollen jetzt in die Uni gehen. So, dazu hier hoch. Haben wir hier eine Leiter. Geil, ein Swimmingpool. So, da drüben ist eine... Ist der da? Wo ist der? Gleich um die Ecke. Gleich immer über den Platz rüber. Hm. Da drüben vom Hotel vielleicht? Sehr gut. Okay. Ich möchte übrigens sagen, dass die Häuser sich nicht sehr abwechseln hier. Na? Wir haben jetzt schon ein paar Mal und das war nicht immer an der gleichen Stelle, ähm, das so gehabt, dass hier dort dieses, äh, dieses Ding ist und dahinter das Spitzdach. So, der Nächste. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Na? Okay. Ongs. Okay. Okay. Ich muss das mal ganz kurz benutzen. Da drüben ist wieder ein GAE-Paket. Okay. Hä? Achso. Alles klar. Hier sind irgendwelche bösen Explosions-Zombies drin in der Nähe. Ach, guckst du. Kannste voll vergessen. Achso. Nach dem letzten Mal bin ich ein bisschen gebrannt. Schaut das Feuer, wie man so schön sagt. Ja, okay. Okay. Denn da kam ja dann so ein Explosions-Zombie aus dem Bad noch schnell mal rausgekrochen. Die Drecksau. Ich komme hier nicht hoch. So. Na gut. Ab zur Uni. Okay. Da unten ist ein GRE-Paket. Das ist ja geil. Was? Okay. 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 So. So. Sehr schön. Oh, eine auffällige Tantumachräte. Die nehme ich schon mal mit. So. Schwert will ich die nochmal mitnehmen. Kann man natürlich alles verkaufen. Aber im Endeffekt müllt das auch ganz schön dazu. Dafür, dass man dann ein bisschen Geld kriegt. Naja. So. Hier noch ein Katastrophenhilfspaket. So. Wie komme ich jetzt am besten da wieder hoch? Hier. Was passiert, wenn ich das mache hier? Hier. Hehehe. Okay. So. Hier haben wir noch eine Kiste. Und. Zack. Hallo? Okay. Wah! Oh. Tschüss. Achso. Okay. Hey, komm mal hoch. Und. Sauber. Äh. Hier. Naja. 111 ist jetzt nicht die Welt. Scheiße. Na los. Na. Komm. Okay. Hier will ich jetzt lang. Na ja, gut. Machen wir eben, gehen wir auf den Boden lang. Wenn wir reingekommen dort vorne. So, lassen wir das. Wo ist denn jetzt das schon wieder? Gleich hier um die Ecke. Machen wir. Oder habe ich das Ding gar nicht genommen? Kann das sein, dass ich zwar die zwei... Ne, Moment, das war ja was anderes. Boah! 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 Shit, 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 shit! Fuck! Oh Mann, ey! Oh Mann! Das war so böse! Ich habe mir gedacht, Mensch, der geht mir schon gleich hoch und dann... Ja, danke, aber jetzt nie. Ich habe hier andere Probleme. Nein! Oh, schade! War gerade so schön. Was ist das hier? Was ist das hier? Jetzt sind wir hier in G.O.E. Package. So... Mensch! Wow! Das ist irgendwie blöd, eine Derwisch. Du musst ganz schön lange... Was ist das hier? Reicht's hier? Jetzt geht's mal heilen. Schade. Doch! Oh nein! Sooo! Ja, jetzt geht's! So! Ich mach mal kurz herabrieren. Ah, ah. ich habe eine kraftschufe gekriegt können wir was machen sprungangriff erledige feinden mit einem tödlichen sprungangriff von oben fordert einhandwaffe hier ausdauerkosten um die hälfte gesenkt auch nicht schlecht so machen wir das mal so haben wir alles gekliert sehr gut ok und ab zur uni weil ich wollte ja eigentlich wirklich mal ach halt die klappe so da ist das hinten ist ein weiteres du blutest auch hier da unten war noch so ein paquet was was Ah, awesome. Geil. Beste Assassinen-Manier. Yeah. Jeder Schuss ein Treffer, hä? Ach ja. In der Tradition der Auditoris. Ja, ich sag's doch. Das kann ich mir nicht aufmachen. Einfach immer wieder hoch. Sieht unbeholfen aus, was ich gerade mache. Na. Zack. So, haben wir jetzt alle hier tot? Nee. Bist du tot? Du bist tot. Da oben ist noch einer. Oder tot? Na gut. Sehr schön. Das wird blöd, dass ich jetzt immer sozusagen zurück in die Slums muss, um um die Pakete abzugeben. So, jetzt gehen wir endlich mal hier hoch. Die Uni. Kriegen noch einen Wendigkeitspunkt. Beziehungsweise Wendigkeitsstufe. Können wir gleich mal gucken. Rammen. Ein gut geteimter Ellbogenstoß fügt gleich beim ersten Einsatz Schaden zu. Außerdem wird die Dauer des Stoßes erhöht. Okay. Rückschlag. Das wollte ich eigentlich machen. So. Wo muss ich jetzt hin? Water. Mensch. Eine schöne Rolle. Hallo. Was bist denn du für Erinner? Hey, haben Sie eine Frau namens Jade Aldemir gesehen? Lange, dunkle Haare. So eine Taffe. Ja, habe ich. Sie hat mit dem da drüben gesprochen. Danke. Mit dem da drüben. Wer ist denn der da drüben? Na gut. Gehen wir mal rein. Jade. Jade. Bist du hier? Wer sind sie? Was wollen sie? Keine Spur von Jade. Mist. So, was haben wir hier? Willst du Handel? Ja, komm mal gucken. Was hast du denn? Ja, was verkaufen. Tantum Machete. Ach, komm weg damit. Was haben wir noch hier zum Verkaufen? Hier haben wir ein Säbel. Das habe ich gekauft, erst letztens. Das wird mein nächstes, die nächste geile Waffe. So, hier haben wir ein Bett. Sieht ermüdlich aus. Ja, in der Tat. Der Timer ist abgelaufen. Ey, du kannst ja hier nicht einfach die Mände bemalen. Wie sieht es denn aus? Mach dir Dreck weg. Ne, Quatsch. Muss. Crane, schön dich wiederzusehen. Spike? Mensch, wie kommst du hierher? War nicht einfach. Egal, Bracken sendet Grüße. Hör zu, ich bin von nun an immer hier zu finden, okay? Alles, womit ich dir in den Slums helfen konnte, steht dir jetzt auch hier zur Verfügung. Alles klar. Danke, Spike. Kein Problem, Kumpel. Hau rein. Geil. Kann ich dem gleich hier das Zeug abgeben. Das Zeug 24.000 Ocken gleich mal gekriegt. Hast du irgendwas Schönes für mich? Okay. So, hier irgendwas noch drinnen. Oh, Wolke 7 Mod. Was macht der Wolke 7 Mod? Gift, äh, Stufe 2. Naja. So, wollen wir den Quatsch hier? Achso, halt. Time ist abgelaufen. Ja, das heißt, in der nächsten Folge quatschen mit dem Fidan hier. Ja, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Das ist toll, dass Spike jetzt hier ist, ne? Ich habe vorhin noch gesagt, dass es eigentlich blöde ist, mit diesem GAE-Paket, Dass ich jetzt immer zurück in die Slums muss, äh, um die abzugeben. Das, ja, ja, okay, man sieht da sozusagen die alte Heimat wieder, das ist auch schön, aber, äh, dann immer zu dem Loft hin, um diese Schnellreisefunktion zu machen, das ist dann doch doof. Oh, und jetzt geht man es einmal zu dem Spike und sagt, hier, schick nach Hause, ne? So, in der nächsten Folge suchen wir dann weiter die Jade und quatschen mal mit diesem Fidan. Bis dahin, Tschüss.